Wir sind hier heute auf dem Energietag der Stadtwerke Karlsruhe, natürlich in Karlsruhe. Wir wollen heute Menschen dazu inspirieren, einen Zugang zum Klimaschutz, zur Nachhaltigkeit und zur Energiewende zu finden. Wir haben heute ganz viel geboten. Zum einen haben wir natürlich ganz viel für Familien und Kinder. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch ganz konkret zeigen, was man selber für Energie und Nachhaltigkeit im eigenen Haus machen kann. Das Energiemobil hinter uns soll den Hausbesitzern zeigen, wie der Strom von der Sonne umgewandelt werden kann im Haus oder im Haus genutzt werden kann für die eigene Energie. Ich finde es sehr schön hier. Viel für Kinder gemacht. Es ist echt toll. Also ich finde das toll. Es ist ein super Tag. Es ist schönes Wetter. Die Kinder sind beschäftigt. Tolle Aktion. Ich finde es einfach angesprochen, ich habe es schon hier sehr gemerkt. Ich hoffe, dass wir weiterhin haben. Ich hoffe, es ist ein guter. Ich hoffe, es wird es wird auch auf diesem Bild. Wir sehen uns in die Zeit. Wir sehen uns als auch in einem Plan. Wir sehen uns und wir sehen uns.